Hallo, willkommen zu einem weiteren Shadowcheck und zur nächsten Zonentour durch die Schattenlande. Dieses Mal geht es um Maldraxxus, das Quell der nekrodischen Magie, weshalb das da auch vielleicht nicht ganz so hübsch aussieht. Wenn man hübsch so definiert, dass es da halt wunderschön ist, wie zum Beispiel in der Bastion oder auch im Ardenwald. In Maldraxxus geht es ziemlich rau zu, überall ist Tod, Seuche und Zerstörung. Wie immer ist dieses Zonentour-Video in drei Teile aufgeteilt. Erstmal schauen wir uns so ein bisschen die Kultur an, die Bewohner, wer kommt eigentlich nach Maldraxxus, was macht man da den ganzen Tag, wie ist dieses Reich aufgebaut, wer herrscht, wer hat irgendwelche Rechte etc. Danach schauen wir uns das generelle Design an, also das, was ich gerade schon kurz erwähnt habe. Wie sieht die Landschaft aus, wie ist die Zone aufgebaut, was gibt es da alles für Sehenswürdigkeiten. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch einen Teil über die Lore und die Quests. Was erfährt man da alles während der Kampagne, das ist natürlich vor allem der große Spoiler-Teil, wobei das ganze Video natürlich voller Spoiler ist, wer hätte es gedacht. Also wer nicht so viel über die Geschichte schon erfahren möchte, der sollte sich dieses Video besser nicht anschauen. Gut, dann starten wir mal und zwar mit dem ersten Thema der Kultur. Wie kommt man eigentlich nach Maldraxxus? Wenn eine Seele in die Schattenlande kommt, dann geht sie ja erstmal nach Oribos, um von der Seelenrichterin gerichtet zu werden. Und all die Seelen, die für den Kampf geboren sind, die nach Ehre und Ruhm streben, die werden nach Maldraxxus geschickt. Also man könnte meinen, dass so ziemlich alle Orks von Azeroth dahin geschickt werden, denn da geht es ja immer um Ruhm und Ehre. Dass genau diese Seelen in dieses Reich kommen, hat natürlich auch einen Grund, denn Maldraxxus stellt quasi die Armee der Schattenlande dar. Alle, die dort ausgebildet werden zu den mächtigsten Gladiatoren des Jenseits, die gehören zur unvergänglichen Armee, das Militär der Schattenlande. Falls ihr euch nun fragt, wieso man im Jenseits ein Militär braucht, eine Armee, naja, es gibt da ja auch noch so ein paar andere Mächte im Kosmos, die eventuell Interesse an den Schattenlanden haben. Wer sich das Zonentour-Video von der Bastion bereits angeschaut hat, der wird wissen, dass da schon einmal etwas Größeres passiert ist. Und dazu gibt es gleich sogar noch ein paar weitere Details. Wenn dann eine frische Seele nach Maldraxxus gekommen ist, was ja in letzter Zeit aufgrund der Animadürre nicht mehr passiert ist, dann wird sie einem der fünf verschiedenen Häuser von Maldraxxus zugeteilt. Es gibt das Haus der Auserwählten, das Haus der Augen, das Haus der Rituale, das Haus der Seuchen und das Haus der Konstrukte. Jedes Haus repräsentiert eine bestimmte Eigenschaft und entsprechend der Eigenschaften der Seele wird sie halt diesem Haus dann zugeordnet. Eine Besonderheit im Maldraxxus ist die, dass die Seelen sehr viele verschiedene Formen annehmen können. Am Anfang ist man ja nur so ein Überbleibsel einer Seele, so eine Art von Gespenst. Und dann später nimmt man eine Form entsprechend dem Bereich an, dem man von der Seelenrichterin zugeordnet wurde. In der Bastion wird man zu einem blauen Kyrianer. In Revendreth wird man eventuell zu einem vampirischen Venthyr, wenn man sich entscheidet dort zu bleiben. Im Adenwald ist man erst einmal eine Seelengestalt, eine tierische Repräsentation der Seele. Und in Maldraxxus ist man entweder ein Skelett oder ein Nekromant oder ein Aranak, das sind solche Spinnen, oder man wird eventuell auch zu einem Lich. Die mächtigsten Krieger wiederum, die werden zu den Gladiatoren vom Haus der Auserwählten. Das sind richtig robuste Krieger mit riesiger Rüstung, deren Gesicht man übrigens nicht sieht und vor denen sollte man auf jeden Fall Angst haben. Nun ist es aber so, dass nicht alle Seelen, die nach Maldraxxus kommen, dort wirklich lange überleben. Denn das Training, um zu einem mächtigen Soldaten zu werden, ist unfassbar hart und auch sehr tödlich. Die weniger vielversprechenden Kandidaten, die werden irgendwann besiegt und ihre Überreste, die werden im Haus der Konstrukte zu Monstrositäten verarbeitet. Heißt also, wenn man es genau nimmt, diese Seelen dienen weiterhin den Schattenlanden, aber vielleicht nicht so, wie sie es sich mal erhofft hatten. Die besten Stücke Fleisch und die stärksten Knochen werden in diese Monstrositäten hineingesteckt und dann noch mit ein bisschen Anima zum Leben erweckt. Schauen wir uns jetzt aber nochmal die einzelnen Häuser, die ich vorhin erwähnt habe, etwas genauer an. Also, beginnen wir mit dem Haus der Rituale. Dort sind die Lichts vertreten, Skelettmagier, die Anima für ihre mächtige Magie nutzen. Und damit ist natürlich die nekrotische Magie gemeint. Wie die meisten schon wissen werden, Kel'Thuzad bekommt ja auch einen Auftritt in Schattenlanden. Er ist natürlich in Maldraxxus und er gehört zu dem Haus der Rituale. Dann gibt es das Haus der Augen. Dort sind die Aranak vertreten, diese Spinnen, die ich schon einmal erwähnt habe. Die werden zu Spähern und Assassinen ausgebildet, um Feinde ausspionieren zu können oder hinterrücks zu töten. Dann das Haus der Seuchen und hier nehme ich schon mal etwas von der Story vorweg, denn das Haus der Seuchen existiert so nicht mehr, wie es mal war. Das ist regelrecht explodiert und durch die Explosion hat sich die Seuche überall verteilt, mit der dort herum experimentiert wurde, wodurch die Bewohner zu monströsen Seuchenbestien mutiert sind. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass dort diverse Experimente durchgeführt wurden, unter anderem halt mit einer speziellen Seuche. Und hier kann man jetzt spekulieren, ob diese Seuche eventuell auch die Seuche ist, die auf Azeroth für Chaos gesorgt hat. Dann das Haus der Konstrukte und da habe ich ja vorhin schon erwähnt, da werden die Monstrositäten aus den Überresten der gefallenen Kriegern geformt und die Seelen, die diesem Haus zugeordnet wurden, die versuchen natürlich immer bessere Monstrositäten zu erschaffen. Übrig bleibt dann das Haus der Auserwählten und im Endeffekt sind diese Auserwählten die, die wirklich dieses Militär repräsentieren, weil das halt die stärksten der stärksten Gladiatoren sind. Was aber hier auch sehr wichtig ist, in diesem Haus der Auserwählten werden Runenwaffen geschmiedet, wovon wir ja schon so einige bekannte Waffen kennen, wie zum Beispiel Frostgramm. Jedes Haus hat einen Herrscher und jedes Haus hat auch zwei Barone oder Baroninnen, das sind quasi die linke und die rechte Hand von diesem Herrscher. Aber da es fünf verschiedene Häuser gibt, gibt es natürlich auch noch einen Oberhaupt, der über diese fünf Häuser herrscht und das ist der Primus. Der Primus von Maldraxxus ist der Herrscher über das Reich, so wie ja auch die Bastion und Revendreth und der Adenwald einen Herrscher haben. Dieser Primus hat auch das Theater der Schmerzen bauen lassen im Zentrum von Maldraxxus, das ist eine riesige Arena, in der immer wieder Kämpfe stattfinden zwischen Teilnehmern der verschiedenen Häuser. Quasi so ein bisschen zum Zeitvertreib, da man ja nicht sowieso schon die ganze Zeit kämpft in Maldraxxus, kann man dann in seiner Freizeit in dieser Arena für noch mehr Ruhm und Ehre kämpfen. Zum Abschluss dieses Teils des Videos muss ich jetzt aber sagen, dass vieles von dem, was ich jetzt erklärt habe, so nicht mehr in Maldraxxus wirklich stattfindet oder aktuell von der Struktur her so aufgebaut ist. Denn es herrscht Krieg in Maldraxxus. Der Primus, der Herrscher, ist verschwunden und das Haus der Seuchen sowie das Haus der Augen wurden zerstört durch das Haus der Konstrukte und das Haus der Rituale, die sich zusammengetan haben, um die Macht über Maldraxxus zu bekommen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, dass der Kerkermeister da vielleicht auch seine Finger mit im Spiel hat. Das einzige Haus, was noch so ist, wie es sein sollte, ist das Haus der Auserwählten und die Gladiatoren von diesem Haus versuchen aktuell zum einen den Primus zu finden und zum anderen Maldraxxus vor der Zerstörung durch die anderen beiden Häuser zu beschützen. Okay, soviel zur Kultur in Maldraxxus, kommen wir zum nächsten Teil, nämlich dem generellen Design der Zone, dem Aufbau, die Struktur hinter diesem Reich. Wie schon am Anfang gesagt, Maldraxxus bekommt auf jeden Fall nicht den Preis für die schönste aller Zonen, denn auch wenn Schönheit im Auge des Betrachters liegt, ich glaube wir sind uns alle einig, schön ist Maldraxxus nicht, aber es hat trotzdem seinen eigenen Charme. Alles in allem ist Maldraxxus eine Einöde, die in verschiedene Bereiche unterteilt ist, die dann wiederum die verschiedenen Häuser repräsentieren und in der Mitte ist halt das Theater der Schmerzen. Drumherum ist einfach nur eine graue, karge Landschaft mit verschiedenen Lebewesen, aber trotzdem irgendwelche toten Tiere, die dort trotzdem herumlaufen, weil alles in Maldraxxus eigentlich tot ist und trotzdem noch herumläuft. Irgendwelche Pflanzen, mit denen man sich besser nicht anlegen sollte und viele andere merkwürdige, verseuchte Geschöpfe. Ich finde Maldraxxus kann man sehr gut als eine Mischung von Schergrad aus der Schermwelt und den Pestländern von Azzorot vergleichen, denn Maldraxxus ist ziemlich bergig und die Berge sind halt auch sehr spitz, so wie in Schergrad eben halt, aber das Ganze sieht eben halt aus wie in den Pestländern, nur mit moderner und aktueller Grafik. Die ganzen Häuser und anderen Bauwerke sind meistens aus riesigen Knochen gestaltet. Es gibt ganz viele nekrotische Elemente, schwebende und grün leuchtende Kristalle, grünes Feuer überall und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich dazu sagen, dass Maldraxxus auch sehr abwechslungsreich ist, denn diese verschiedenen Häuser und Bereiche, die sehen alle immer ein bisschen anders aus. Zum Beispiel das Haus der Auserwählten liegt in einem großen Lavasee, deswegen ist das halt alles dort so ein bisschen rötlicher. Das Haus der Seuchen ist natürlich komplett verseucht, deswegen ist das halt alles ein bisschen grüner. Es gibt solche riesigen Seuchenseen, wo große Seuchenmonstrositäten durchstampfen, also das macht auf jeden Fall Eindruck. Und dann gibt es wiederum beim Haus der Augen, was ja auch zerstört wurde, einen Wald voller Pilze, weil glaube ich so ein bisschen die Seuche da rüber geschwappt ist und da sind dann sehr merkwürdige Pflanzen gewachsen. Ehrlich gesagt hat mich das sogar an eine grüne und verseuchte Version von Nasjatar erinnert. Im Haus der Konstrukte findet man sich dann wirklich in so einer Art von Fleischfabrik wieder. Also das ganze Haus ist ein riesiges Gebäude mit sehr merkwürdigen Apparaturen und Mechaniken, die halt alle dafür da sind, um Leichen auseinanderzunehmen, die Monstrositäten zusammenzusetzen. Überall sind solche Greifhaken, Tische, wo Monstrositäten drauf liegen, so wie man das eben halt auch aus den Pestländern kennt oder von Naxxramas. Generell kann ich sagen, in Maldraxxus fühlt man sich sowieso immer wieder erinnert an Naxxramas, weil die natürlich auch eine gewisse Verbindung haben. Und in Maldraxxus fliegen auch hier und da mal solche Nekropolen herum. Was die Größe von Maldraxxus angeht, das ist ganz witzig, denn auf der Weltkarte der Schattenlande ist Maldraxxus die größte aller Zonen. Doch wenn man in Maldraxxus dann unterwegs ist, merkt man sehr schnell, dass zumindest was die Levelgebiete angeht, Maldraxxus das kleinste Gebiet ist. Dafür findet man sich dort aber auch sehr gut zurecht, im Gegensatz zum Beispiel zu Revendreth oder auch dem Adenwald. Da verirrt man sich eigentlich ständig. In Maldraxxus gibt es eine sehr klare und feste Struktur und dadurch, dass man sich halt in dieser besagten Einöde befindet, kann man halt auch sehr weit schauen, um zu sehen, wo jetzt was genau liegt. In meinen Augen haben die Entwickler hier auf jeden Fall wieder einen sehr guten Job geleistet. Das, was man sich unter Maldraxxus vorgestellt hat, wirklich sehr gut zu repräsentieren. Es ist so ein klein wenig eintönig, was die Farbgestaltung angeht, denn es ist halt sehr viel mit diesen braunen, dunkelgrünen Tönen gearbeitet worden. Und deswegen vermischt sich das alles sehr stark zu einem, ja man muss es halt sagen, Einheitsbrei, was manchmal aufgelockert wird, wenn man halt zum Beispiel zu diesem Lavasee kommt beim Haus der Auserwählten oder zu diesem sehr neongrünen Seuchensee im Haus der Seuchen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich war tatsächlich von Anfang an, als die Erweiterung zum ersten Mal vorgestellt wurde, davon überzeugt, dass ich Maldraxxus gar nicht mögen werde. Allerdings wurde ich vom Gegenteil überzeugt, vor allem weil hier schon wieder etwas geschaffen wurde, was es so in WoW noch nie gab. Man kann halt diesen Pestländervergleich ziehen, aber es ist nochmal wirklich was ganz anderes. Was mich aber am meisten überzeugt hat, ist die Geschichte, die in Maldraxxus erzählt wird, denn in meinen Augen ist Maldraxxus die coolste Levelzone von der Kampagne her, von den Quests her, von all dem, was man dort erfährt und damit geht es jetzt auch weiter. Maldraxxus ist ja die zweite Zone, die wir während der Levelphase besuchen. Vorher geht man in die Bastion und nochmal so als kleine Überleitung, in der Bastion war es ja so, dass ganz am Ende einige Maldraxxi den Tempel des Mutes angegriffen haben, da sie sich ja auch mit den Verschmähten zusammengetan haben. Also den dunklen Kyrianern, die mit dem Kerkermeister zusammenarbeiten. Am Ende wurde man deshalb von der Archon beauftragt, nach Maldraxxi zu reisen, um mit dem Primus zu reden, um zu erfahren, wieso halt die Maldraxxi die Bastion angegriffen haben. So und dann beginnt unser Abenteuer in Maldraxxus, wo wir zuerst einmal direkt im Theater der Schmerzen, also in dieser Gladiatoren-Arena stehen. Wie immer weiß da natürlich niemand, wer wir sind und deswegen werden wir von dem Arenaleiter erstmal in die Arena reingeworfen, um zu zeigen, was wir so drauf haben. Das tun wir natürlich, wir besiegen Gegner nach Gegner nach Gegner, irgendwann sind nur noch die Champions der Häuser da, die wir auch besiegen können und ganz am Ende kommen dann die Oberhäupter vom Haus der Auserwählten, vom Haus der Rituale und vom Haus der Konstrukte zusammen. Und da wird dann offenbart, dass das Haus der Konstrukte hinter diesem Angriff steckt und im Endeffekt wird generell offenbart, dass halt das Haus der Konstrukte und das Haus der Rituale gerade versuchen, die Macht an sich zu reißen. Und deshalb wird dann in dieser Arena das Haus der Auserwählten angegriffen. Wir werden aber, bevor wir zermatscht werden von den ganzen Champions von diesen Häusern, von Baronin Draka auf einem Flugmount gerettet, die uns aus der Arena rausfliegt. Leider werden wir aber dann doch noch von einem nekrotischen Drachen abgeschossen und landen in der Einöde von Maldraxxus. Draka, die übrigens nebenbei erwähnt die Mutter von Thrall ist, erklärt uns dann, wie es in Maldraxxus eigentlich mal abgelaufen ist, dass jetzt aber der Primus verschwunden ist und die fünf Häuser gerade um die Herrschaft kämpfen. Zwei davon wurden bereits zerstört, also das Haus der Augen und das Haus der Seuchen. Zusammen mit Draka stehen wir vor einem großen Graben, der wiederum vor dem Sitz des Primus liegt und Draka erklärt uns, dass in diesem Graben die vielen, vielen Überreste von den Mächten verstreut liegen, die versucht haben, die Schattenlande anzugreifen, die aber die Maldraxxus geschafft haben, zurückzuschlagen. Und jetzt suchen einige Aasfresser, also einige Bewohner von Maldraxxus, deren Häuser zerstört wurden, dort nach Waffen und Ausrüstung, um sich in den drei anderen Häusern, sagen wir mal, behaupten zu können oder bewerben zu können, damit sie ein neues Zuhause haben. Und wir sollen diesen Aasfressern jetzt helfen, diese Waffen und Ausrüstung zu finden, damit sie sich dem Haus der Auserwählten anschließen können, denn aktuell brauchen wir jede Hilfe. Während wir in diesem Graben unterwegs sind, finden wir einige Gedenkstätten für wichtige Persönlichkeiten von Maldraxxus, wo auf Grabsteinen Inschriften eingraviert wurden, die uns mehr über die Vergangenheit von Maldraxxus und den Schattenlanden erzählen. Zum Beispiel gibt es eine Inschrift für Belivera, das ist eine Generalin des Hauses der Konstrukte, und sie führte einst die Verteidigung gegen das Licht an, welches die Schattenlande angegriffen hat. Ein wichtiger, wichtiger Lohrpunkt. In der Bastion haben wir darüber erfahren, dass die Leere die Schattenlande angegriffen hat und jetzt haben wir auch erfahren, dass das Licht ebenfalls schon einmal die Schattenlande angegriffen hat. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt auch eine Inschrift für Mesiel vom Haus der Augen. Er hat gegen die Leerenfürsten gekämpft, also die Leerenfürsten waren tatsächlich auch mit dabei, als sie Leere angegriffen hat und sie wurden zurückgeschlagen. Ebenfalls sehr interessant und dann gibt es noch eine letzte wichtige Inschrift zu Rakel aus dem Haus der Seuchen. Er hat eine Mixtur erschaffen, die gegen ... zum Einsatz kam und dann steht dort, der Rest wurde ausgekratzt. Also eine wichtige Info, es hat noch irgendeine Macht versucht, die Schattenlande anzugreifen und die zweite wichtige Info, es wurde irgendeine Mixtur erschaffen, die diese Macht besiegen konnte. Sehr, sehr interessant, aber leider zu all diesen drei Punkten wird nichts genaueres mehr gesagt während der Kampagne. Das gehört dann wahrscheinlich zum späteren Content in Shadowlands. Nachdem wir da im Graben fertig sind, bringt uns Draka dann zum Haus der Auserwählten. Sie spricht mit dem Anführer Krexus und wir werden zu Baron Viras geschickt, mit dem wir sprechen sollen über die jüngsten Ereignisse. Und er beauftragt uns dann damit, die Spione zu finden, die sich bereits im Haus der Auserwählten ausgebreitet haben, um auch dieses Haus zu zerstören. Wirklich interessant wird es aber erst danach. Wir kehren zurück zu Draka und sie sagt uns, dass wir jetzt ein Rekrut vom Haus der Auserwählten sind und jeder Rekrut muss eine Prüfung bestehen, nämlich den Stein inmitten des Lavasees, auf dem das Haus der Auserwählten erbaut wurde, erreichen. Alles klar, kein Problem. Natürlich können wir einfach über den Lavasee drüber und als wir den Stein berühren, hören wir auf einmal die Stimme vom Primus in unserem Kopf, der irgendwelche Prophezeiungen etc. von sich gibt. Dann zerspringt dieser Stein und eine Runenklinge kommt zum Vorschein. Ein ziemlich spektakuläres Ereignis, denn sowas ist natürlich noch nie passiert und dieser Stein, der steht dort schon seit Ewigkeiten. Also vor Ewigkeiten hat der Primus bereits diese Runenklinge in diesem Stein versteckt und Draka sendet uns jetzt zum Runenschmied Hirmir, der mehr über diese Klinge, die offensichtlich vom Primus geschmiedet wurde, herauszufinden. Natürlich gehen wir dorthin und auch er sagt, diese Klinge stammt definitiv vom Primus und ein kleines wichtiges Detail hier, dieser Runenschmied Hirmir, der wurde damals vom Primus auch ausgebildet und der Primus ist der talentierteste Runenschmied in den Schattenlanden. Und ich nehme jetzt mal etwas vorweg, was wir gleich sowieso erfahren. In der Kampagne schaffen wir es nicht, diesen Primus zu finden. Er ist auch am Ende immer noch verschollen, aber wir wissen ja, in Torgas befindet sich ein Runenschmied, bei dem wir unsere legendären Gegenstände schmieden. Und dieser Runenschmied ist auch der, der damals Frostgramm und den Helm der Dominanz geschmiedet hat. Das passt alles ziemlich gut zusammen, wenn das der talentierteste Runenschmied ist und es passt natürlich noch sehr viel besser, dass er dann ein Gefangener vom Kerkermeister ist, da er eventuell nicht möchte, dass zum Beispiel der Helm der Dominanz wieder repariert wird. Aber das gehört zu diversen Spekulationen, die wir in anderen Videos behandeln. Kommen wir zurück zur Kampagne. Wir reparieren zusammen mit dem Runenschmied das Schwert, denn da fehlt der Griff. Dann wird noch ein Ritual ausgeführt, weil das Schwert quasi eine Art von Sicherung hat. Und nach diesem Ritual, nachdem wir diese Sicherung besiegt haben, taucht auf einmal die Rune der Auserwählten auf, die das Schwert verstärkt, wodurch es halt zu diesem Runenschwert erst wird. Danach kehren wir zurück zu Draka, die uns endlich nach Krexus bringt, also das Oberhaupt vom Haus der Auserwählten. Dort wird ein bisschen über das Schwert diskutiert und Krexus ist sich sehr sicher, dass dieses Schwert quasi der Schlüssel ist, um in den Sitz des Primus hinein zu gelangen, also dort, wo der Primus sich eigentlich aufhalten sollte. Allerdings ist dieses Gebäude verschlossen und eventuell kommen wir dann mit diesem Schwert dort hinein. Deswegen sollen wir jetzt zum Sitz des Primus gehen und dort versuchen, mit dem Schwert hineinzukommen. Das machen wir und tatsächlich reagiert die Tür auf dieses Schwert, aber sie öffnet sich nicht, denn es fehlen noch einige Runen auf diesem Schwert. Insgesamt gibt es nämlich fünf verschiedene Runen und bisher haben wir nur eine. Draka sagt uns, dass sie zwar nicht an irgendwelche Prophezeiungen glaubt, aber sie glaubt an den Primus und auch an Krexus und deswegen möchte sie mit uns zusammen irgendwie versuchen, diese Tür zu öffnen, aber wir befinden uns ja auch aktuell im Krieg und die anderen Häuser werden es uns sicher nicht einfach machen. Nun bekommen wir drei verschiedene Aufträge von Draka, zum einen, um die Runen zu finden und zum anderen, um Verstärkung für das Haus der Auserwählten zu sammeln, damit wir den Krieg gewinnen können. Draka erzählt uns, dass sie nicht immer im Haus der Auserwählten war, sondern vorher im Haus der Augen, was aber zerstört wurde und deswegen wurde sie dann später im Haus der Auserwählten aufgenommen, aber eine ihrer damaligen Verbündeten versucht sich immer noch an denen zu rächen, die das Haus der Augen zerstört haben und wir sollen sie ausfindig machen, um sie halt zum Haus der Auserwählten zu bringen. Außerdem sollen wir ins Haus der Seuchen gehen, um dort Überlebende zu finden, die sich ebenfalls dem Kampf anschließen und dann sollen wir uns auch noch in Richtung Haus der Konstrukte aufmachen, da ist nämlich gerade der Brandherd des Kriegs quasi. Zuerst einmal gehen wir zum Haus der Augen und dort treffen wir dann auf die besagte Verbündete und dabei handelt es sich um Baronin Vash, die damals mal Lady Vash war und auch nach Maldraxxus geschickt wurde, also die kennen wir noch ganz gut aus der Scherbenwelt. Die findet es gar nicht cool, dass Draka uns schickt, denn sie findet dadurch, dass Draka sich dem Haus der Auserwählten angeschlossen hat, dass sie quasi ihr eigenes Haus verraten hat, anstatt zusammen mit Baronin Vash Rache auszuüben an denen, die das Haus der Augen zerstört haben. Aber jetzt sind ja wir dort, deswegen helfen wir Baronin Vash sich zu rächen. Es gibt ein paar Quests, bla bla bla. Auf jeden Fall ganz am Ende kommt halt raus, dass Morbitan ein Licht vom Haus der Rituale hinter der Zerstörung vom Haus der Augen steckt. Allerdings wusste der Markgraf Zendain, das Oberhaupt vom Haus der Rituale, gar nichts darüber. Also im Endeffekt hat dieser Morbitan zusammen mit einigen anderen Mitgliedern vom Haus der Rituale diese Zerstörung zu verantworten. Aber eventuell wurden sie noch von irgendjemand anderem angeführt. Ich erwähnte ja vorhin einen gewissen Keltusat. Aber auch das sind nur Spekulationen. Darüber erfahren wir sehr wahrscheinlich mehr in der Paktkampagne von den Nekrolords. Wir helfen auf jeden Fall Baronin Vash diesen Morbitan zu besiegen. Ganz am Ende sagt sie selbst noch einmal, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Aber sie sieht halt unsere Runenklinge. Wir bekommen übrigens auch eine neue Rune, dadurch, dass wir diesen Morbitan besiegen. Und dann sagt sie halt, oha, dieses Schwert sieht aus wie eine Waffe, die die Markgräfin Akarek mal beschrieben hat. Das damalige Oberhaupt vom Haus der Augen, welches aber zerstört wurde zusammen mit dem Haus der Augen. Auf jeden Fall schließt sich die Baronin uns dann an und geht zum Sitz des Primus. Wir aber gehen in Richtung Haus der Konstrukte, wo wir dann auf Baron Viras treffen, den, den wir schon im Haus der Auserwählten getroffen haben. Er führt dort nämlich quasi den Angriff gegen das Haus der Konstrukte an. Wir schlagen die ganzen Monstrositäten und anderen Mitglieder vom Haus der Konstrukte zurück und schaffen es halt auch einen General zu töten. Doch ganz am Ende kommt Markgraf Gamal, das Oberhaupt vom Haus der Konstrukte, selbst zum Vorschein und kämpft mit. Wir werden leider besiegt. Und dann landen wir unter einem Leichenhaufen von Kyrianern im Haus der Konstrukte in diesen Fleischfabriken, wo natürlich unsere Überreste in den Monstrositäten wiederverwertet werden sollen. Nachdem wir uns aus diesem Leichenhaufen befreit haben, finden wir einen Kyrianer, der zwar blind ist, aber immer noch lebt. Ihm wurden seine Augen entfernt, um halt als Teile für diese Monstrositäten zu dienen. Doch er erzählt uns halt dann, was eigentlich geschehen ist, denn diese Kyrianer, die wir hier sehen, das sind tatsächlich Gefangene, die beim Angriff von dem Maldraxi auf die Bastion nach Maldraxxus verschleppt wurden. Und auch ihre Knochen und ihr Fleisch soll genutzt werden, um mehr Monstrositäten erschaffen zu können. Zusammen mit dem überlebenden Kyrianer, der übrigens Tails heißt, schaffen wir es dann, aus diesem Gefängnis zu fliehen. Wir retten noch einige andere Kyrianer, die dort irgendwo gefangen gehalten wurden, treffen noch einige andere bekannte NPCs, die ebenfalls gefangen genommen wurden, laufen da ein bisschen rum, machen ein paar Quests und irgendwann finden wir dann den Ort, wo die Kyrianer-Leichen hingebracht werden, um auseinandergenommen zu werden, damit man sie in Monstrositäten reinstecken kann. Dieser Bereich ist aber von einer Seelenbarriere geschützt, die wir erst einmal durchdringen müssen. Praktischerweise haben die Maldraxxus nicht nur Kyrianer aus der Bastion verschleppt, sondern auch diese Roboter, die die Kyrianer dort nutzen. Wir schaffen es dann, so einen Roboter zusammenzubauen und wieder zum Laufen zu bringen. Und mit diesem Roboter können wir diese Seelenbarriere durchdringen, weil dieser Roboter hat keine Seele. Hinter dieser Barriere befinden sich dann Malkrex und Scharex, die gerade versuchen, mit dem Fleisch der Kyrianer die ultimative Monstrosität zu erschaffen, weil halt dieses Fleisch der Kyrianer noch sehr viel machterfüllter ist, als das, was man bisher benutzt hat dafür. In diesem Gespräch erfahren wir dann, dass Malkrex vergessen hat, das Fleisch zu säubern von den Kyrianern, um alle Erinnerungen daraus zu waschen, sagen wir einfach mal. Wir besiegen die beiden dann. Mit dabei haben wir immer noch die ganzen Leute, die wir da in der Fabrik auch getroffen haben. Und wir wollen eigentlich diese Monstrosität danach zerstören. Aber Tails schreitet ein und sagt, nein, er spürt die Seelen von seinen Kyrianer-Freunden, die in dieser Monstrosität stecken. Und er will sie nicht einfach auslöschen, sondern er will versuchen, diese Seelen irgendwie zu retten. Deswegen springen wir auf diese Monstrosität auf und schaffen es damit, aus dem Haus der Konstrukte zu fliehen. Auf dem Weg töten wir übrigens noch Baron Harleys, also einen Baron von dem Haus der Konstrukte. Und wir bekommen auch noch eine weitere Rune für unser Runenschwert. Danach gehen wir dann zum Haus der Seuchen, wie Draka es uns aufgetragen hat, um Überlebende zu finden. Wir bekommen übrigens von Draka vorher noch gesagt, dass das Haus der Seuchen das erste war, was zerstört wurde. Und eigentlich glaubte man immer, dass diese Zerstörung ein Unfall war, aufgrund dieser Experimente, die die komischen Leute da machen. Aber wie wir jetzt halt erfahren haben, war das gar kein Unfall, sondern auch das war das Haus der Rituale. Also wir gehen dorthin und treffen dann auf den Seuchenerfinder Marileth, ein Überlebender. Der ist so ein bisschen verwirrt, denn er denkt irgendwie die ganze Zeit, wir sind sein Lehrling und er möchte irgendeinen besonderen Trank erstellen, um damit die Markgräfin Stradama, das Oberhaupt vom Haus der Seuchen, zu beeindrucken. Schätzungsweise ist er einfach verrückt geworden, als dass da halt alles passiert ist und hat jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung oder ähnliches. Auf jeden Fall spielen wir einfach mal mit. Wir machen alles, was er möchte. Wir sammeln Zutaten, wir erschaffen diesen Trank. Dann haben wir auch noch ein bisschen was mit so kleinen Blubs zu tun, die dieser Seuchenerfinder selbst erschafft und dann auch wie seine Kinder behandelt. Einer heißt zum Beispiel Kevin. Alles in allem auf jeden Fall eher so der lustige Part von der Questkampagne in Maldraxxus. Zwischenzeitlich stellen wir dann auch noch das Tagebuch wieder zusammen von diesem Seuchenerfinder Marileth und erfahren ein bisschen mehr darüber, was eigentlich da passiert ist. Der Primus wird halt vermisst und die Häuser isolieren sich so ein bisschen und generell war das Haus der Seuchen sowieso schon immer das Haus, was am wenigsten gemocht wurde aufgrund der Dinge, die dort gemacht wurden. Mit irgendwelchen komischen Kreaturen wurde dort experimentiert und dann kam es ja auch noch zu dieser Anima-Dürre und ohne Anima können sie ihre Experimente nicht weiter fortführen. Aber netterweise hat sich das Haus der Rituale dann beim Haus der Seuchen gemeldet und ihre Unterstützung angeboten, ihnen was von ihrem Anima abzugeben. Der Seuchenerfinder Marileth hat sich aber schon die ganze Zeit gedacht, dass das irgendeinen Haken hat. Jo, seine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Wie wir sehen, wie genau das Haus der Seuchen jetzt zerstört wurde, wissen wir nicht und wir wissen auch nicht, welches Abkommen eigentlich die Maggräfin Stradama mit dem Maggraf vom Haus der Rituale getroffen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Marileth hat auf jeden Fall versucht, einen Trank zu erschaffen, um die Maggräfin im schlimmsten Fall irgendwie zu beschützen, wie auch immer. Und diesen Trank möchte er jetzt immer noch herstellen mit unserer Hilfe, obwohl er aktuell auch gar nicht weiß, wo sich die Maggräfin nach der Zerstörung des Hauses, was er übrigens realisiert hat, um das auch mal kurz zu sagen, ähm, auffällt. Um die Gräfin anzulocken, sagen wir mal, fügen wir dem Trank noch eine besondere Zutat hinzu, nämlich ihre Lieblingszutat. Und dann kommt sie tatsächlich auch, und zwar aus einem Seuchensee steigt sie empor. Sie ist nämlich zu einem riesigen Seuchenmonster geworden, was Marileth scheinbar nicht mitbekommen hat. Sie wurde quasi auch bei der Zerstörung vom Haus der Seuchen in irgendwas komisches verwandelt. Stradama hat noch einen Verstand, und sie erkennt auch Marileth, und sie sagt ihm, er soll jetzt seinen Weg weitergehen. Für sie ist alle Hoffnung verloren, aber er ist ein Überlebender, und er soll quasi das Haus der Seuchen weiterhin repräsentieren. Er willigt ein, und wir bekommen auch die nächste Rune, und dann haben wir auch alle drei Aufträge beendet, und wir haben ja insgesamt dann jetzt schon vier Runen, und kehren deshalb zurück zum Sitz des Primus. Leider öffnet sich die Tür immer noch nicht, allerdings befinden sich jetzt am Sitz des Primus alle wichtigen Personen, die wir in den jeweiligen Bereichen vorhin angetroffen haben. Also wir haben quasi neue Verbündete um uns gescharrt, und Draka sagt uns jetzt, dass wir erstmal zum Haus der Auserwählten zurückkehren sollen. Nein, das machen wir auch, und leider wurde das Haus der Auserwählten angegriffen, und der Anführer Krexus wurde getötet. Baronin Draka und Baron Viras besprechen sich, wie soll man jetzt weitermachen, und Viras schlägt vor, dass wir als der Schlundläufer, der es schon mal geschafft hat, aus dem Schlund herauszukommen, wieder in den Schlund hineingeht, um dort einen mächtigen Krieger von Maldraxus zu finden, der scheinbar mal in den Schlund verschleppt wurde. Ja, kein Problem, das machen wir doch. Wir reisen zurück nach Oribos, um dann in den Schlund zu gehen. Da treffen wir auf Alexandros Morghain, dem ursprünglichen Träger vom Aschenbringer. Als wir dann nach Oribos zurückkehren aus dem Schlund, treffen wir auf Bolvar, der dort sowieso die ganze Zeit ist, weil wir mit dem zusammen in die Schattenlande reisen. Und mit dabei ist übrigens auch Darion Morghain, der ja einer der vier neuen Reiter ist. Und ja, Darion ist bekanntlich der Sohn von Alexandros, also eine kleine Familienzusammenführung. Aber wir haben nicht so viel Zeit, denn wir müssen zusammen mit Alexandros jetzt nach Maldraxus zurückkehren, um dort für Ordnung zu sorgen. Jetzt kommt es zum Plottwist, denn Alexandros sagt uns, dass Baron Viras ihn damals in den Schlund verschleppt hat. Und Baron Viras hat uns ja quasi zurück in den Schlund geschickt, um Alexandros zu finden. Er ist scheinbar davon ausgegangen, dass er uns dadurch los wird und wir nicht nochmal es schaffen, aus dem Schlund herauszukommen. Naja, damit hat er scheinbar nicht gerechnet. Und wir bekommen jetzt praktischerweise auch unsere letzte Rune. Dann greifen wir zusammen mit Alexandros den Baron Viras an. Allerdings schaffen wir es tatsächlich nicht, ihn zu besiegen, da immer mehr und mehr seiner Verbündeten ankommen und ihn unterstützen. Und deswegen kommt schon wieder Draka angeritten auf ihrer Chimäre und rettet uns. Dann fliegen wir zum Sitz des Primus. Wir haben jetzt die letzte Rune bekommen und tatsächlich öffnet sich das Eingangstor zum Sitz des Primus. Wir gehen dort hinein und leider ist kein Primus da. Allerdings hat er eine Nachricht hinterlassen. Diese allerdings nicht wirklich für uns, sondern er sagt uns nur, dass wir diese Nachricht zur Winterkönigin im Adenwald bringen sollen, wodurch wir dann quasi in den Adenwald geschickt werden, wo dann das nächste Levelgebiet beginnt. Und praktischerweise kann ich euch aber schon mal sagen, was denn in dieser Nachricht steht, obwohl das erst am Ende vom Adenwald verkündet wird. Dort steht einfach nur, dass der ganze Plan aktuell scheinbar der ist, dass der Kerkermeister befreit wird und wir das irgendwie versuchen müssen zu verhindern. Somit endet die Questkampagne von Maldraxxus, obwohl Baron Viras ja immer noch nicht besiegt wurde und wir auch Kel'Thuzad immer noch nicht getroffen haben. Aber all das gehört wahrscheinlich dann zur Paktkampagne der Nekrolords. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich fand die Story, die halt eben mal Draxxus erzählt wird, ziemlich, ziemlich cool. Sie wurde sehr cool aufgebaut mit dieser geheimnisvollen Runenklinge, mit diesem geheimnisvollen Sitz des Primus, wo man auf jeden Fall rein möchte, mit diversen Plottwists, wer hat jetzt wen zuerst angegriffen, wer steckt mit wem unter einer Decke. Also wirklich, wirklich gut gemacht und ich muss sagen, eines der besten Levelgebiete seit vielen Jahren. Bei den bisherigen Zontour-Videos hatte ich ja immer noch so einen Spekulationsteil, den lasse ich hier mal weg, denn es gibt nicht viel zu spekulieren. Ich habe während des Videos schon so ein paar Sachen erwähnt, das mit Licht und Leere und der Seuche und natürlich auch das mit dem Runenschmied, der der Primus sein könnte. Ich bin megamäßig gespannt, wie es da jetzt weitergeht und damit beende ich jetzt auch das Video. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und jetzt wisst ihr auf jeden Fall auch, was in Maldraxxus eigentlich abgeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.